Ja und hallo Leute, schön dass ihr wieder da seid zum 19. Part von Crysis 3 mit eurem Blue Gecko. Das Kaugummi geht's hier, geht weiter und es zieht sich hier ganz schön in die Länge gerade, der letzte Part hier. Irgendwie passiert auch nicht viel, wir laufen bloß und schießen und gehen dann zu einem Punkt und laufen weiter und schießen weiter und... Obwohl ja, ziemlich träge gerade ist gerade. Dafür haben wir mein geliebtes Kaliber 50 wieder hier. Geiles Gerät. Eins, zwei, drei, vier. Danke sehr. Da sind wir noch am richtigen Weg. Hier geht aber gerade alles irgendwie flöten. Und dann machen wir hier einen Hack. Sauber. Und den auch noch hacken. Na komm. Zack. 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 Danke sehr. Was zur Hölle ist das bitte sehr? X-Pack, Mörser und... Reeperkanone. Darauf. Was zur Hölle war das? Egal. Irgendwie ein Gegner zerplatzt. Hm, passiert. Shit happens. Darf ich mal hoch da? Danke sehr. Ah, hier geht der Ding auch her. So, äh... Oh, wie gehen wir hier mal wieder rein? Ich weiß nicht warum. Ja, hallo ist ohne Ende. Wird aufgeladen. Wo bin ich? Wo muss ich lang? Okay. Ah, toll. Das ist extrem geil. Hallo? Und da hat mich von der Seite gerade jemand angesufen. Ohne dass da jemand ist. Auch cool. Kommt immer wieder gut. Glück nicht, du Hund! Da. Oh, ist dieser aufgeladene Anzug-Packers. Aber auch nur weil man kaum noch was sehen kann. Okay, war vorher nicht viel besser, aber egal. Oh, da. Ohne jetzt schon wieder. Achso, jetzt sind die Schlösser, die einschlagen. Okay. Wo kommen sie her? Da hinten. Toll da. Können wir nicht hinschießen, Suki. Freiheitsstrahl? Was ist das für ein Bescheid ersprochen? Wir nennen so'n scheiß Freiheitsstrahl bitte sehr. Erwartet der Kampfschiss. Echt? 10 Minuten. So'n Independence-Strahl. Hm. Ach nö, nö. Oh fuck, 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 fuck. Hier darf man gar nicht so durchrennen. Das ist, äh, penetrant. Da kommt von da Schüsse und von da Schüsse und da sind dann Minen und da ist dies und da ist jenes. Komm. Die kriegen wir schnell gehackt. Komm. Bitte. Danke. Nächster. 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 Und letzster. Danke sehr. Dann können wir weiterrennen. Das Ding sieht uns nicht. Supi. Nein. Platz. 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 Noch ein Fäng. Danke. Reiner. Dankeschön. Und weiter. Nein. Wir haben keinen Namen. Ist der einfach? Ist er ein Mensch? Prekombinante DNA. Gott nochmal. Sieh dich an! Ähm. Na komm ich wieder raus hier? Äh, falsche Richtung glaub ich ne? Ich weiß es nicht. Denkst du ich zerbreche an dem was ich aufgeben musste?! Ist es das?! Ich werde dir zeigen, wozu diese Maschine in der Lage ist! Nervsabort glaub ich nicht hier mal. Ja, wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Hallo? Guck, guck! Was ist das für ein Ding? Ich gebe ja auch nicht. Ähm, Hallöle. Ähm, hallo? Da hinten, oh Gott. Ich hatte doch... Ach, da unten. Okay, danke. Nein, ich bin nicht. Wenn man möglichst weit weg guckt von dem Ziel, dann kann man es angucken. Oh. Warte. Komme ich da jetzt bitte sehr hin? Ohne auf den ersten Schlag vielleicht zu verrecken. Oh Gott, da ganz hinten lang. Super. Ey, Leute, ihr seid doch so scheiße. Haben wir jetzt hier schon wieder ein Pinchewehr? Au, au, au. Dankeschön. Ah, danke. Danke. Ihnen juckt's gar nicht. Volle Möhre. Dafür der ist kaputt. Ach, voll hin. Aua. Mit gleicher Münze her, heimgezahlt. Okay, bestimmt, weil ich mit dem Alien-Warp hier gerade arbeite. Dupi, dupi, dupi. Dupi, 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 du. Egal. Äh, nananana, 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 nananana. Nein. Also irgendwie ist es fast, vom Schwierigkeitsgrad her, ist es fast noch leichter, wenn man einfach bloß durchrinnt und rumballert und... Passt einfach jetzt, wenn man schreicht und versucht, unend zu bleiben und leise killt. Soll ich da rein? Ja, okay, mach das selber. Oh ja. Tunnelbohrer? Äh. Maut. Und nu? Ja, und nu? Ja, und nu? Du Hurenzoon. Du und ich. Geläubige Blatt. Hm? Komm, schau. Voll. Oh no. Das ist jetzt der Alpha-Zetter. Okay. Ach, da ist doch was zum Beschießen. Super. Hallo? Ah. Garantiert wieder Buttonsmashen, ne? Vielleicht nehmen wir als Hallos. Jupp. Von Buttonsmashen. Komm. Fritzel. Dankeschön. Arschkicks. Aua. Lass mich doch nicht so fallen, du Arsch. Bin so sensibel. Arschloch. Gehört mir. Huuu. Wir haben eure Technologie weiterentwickelt. Aua. Was war das? Ich halte doppelt so viel aus wie du. Oh Gott. Jetzt kommen auch noch normale Gegner. Das bringt ja Freude, Alter. Leck mich fett. Oh, warte mal. Wie ist... Oh, Sichtfeld blockiert. Jetzt muss ich noch das Sichtfeld frei haben. Komm. Hier manchmal dieses, äh... Ding... Erst initialisiert. Das dauert schon viel zu lange. Im Endeffekt. Komm. Sag mal. Könnt ihr mich verarschen, oder was? Ach so. Okay. Äh, na, na, na. Noch irgendwo so eine Scheiß... Radbie. Äh, Batterie. Oh Gott, wo war ich? Okay. Hier ist doch ich. Oh, na, na. Oh Gott. Wow. Sie stehen nicht schon wieder... Alter, das ist doch scheiße. Kann mich doch nicht um alles gleichzeitig kümmern. Dachte irgendwie, normale Gegnerwelle. Er greift an. Normale Gegnerwelle. Er greift an. Nö. Alles gleichzeitig jetzt mit einmal. Toll. Nerf! Und wenn er sagt, na, na, Angriff, muss man einfach nur noch rennen. Toll. So was er aber nicht kann, weil gerade Gegner da sind. So am Arsch. Was zerhört? Wie? Wo? Was? Wann? So was ist das Teil hier? Ach nö. Nochmal komplett von vorne. Super. Ja, du Hurensohn. Du und ich. Komm schauen. Ich und deine Mama. Greif an, du Lutscher. Okay. Kommt der Scheiß wieder. Weg hier. Greif richtig an, du Hurensohn. Weg hier damit. Der schon wieder. Dankeschön. Meine Güte. Dau heute die ganze Zeit, die wartet. Oh, ich kann jetzt schon mal anfangen mit Poppensmaschen. Komm, 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 komm. Sputzi! Das war so gut wie gar nichts, dieses... Das war nicht das Wissen, aber egal. Dieser Zug gehört mir. Wir haben eure Technologie weiterentwickelt. Wo ist er denn jetzt? Ich halte doppelt so viel aus wie du. Halt's wie du. Komm, jetzt. Eins und zwei und danke sehr und weiter geht's. Äh, dann noch mal noch eine Batterie. Sag mal. Dann überladen wir uns noch mal kurz. Hau mal. Kommt denn? Kommt der heute noch mal wieder, oder? Ich werde jetzt den Streiki treten. Nee, da ist er. Genau. Na komm schon. Komm. Komm mal rein. Nee, du sollst das Teil doch nicht wegschmeißen, du Trottel. Na komm. Zeit denn, Schwachstellen-Penner. Klar, mit dem kaputten Arm schießt er jetzt natürlich. Das ist dümmlich. Jaha, reicht. Zeig deine scheiß Schwachstellen-Penner. Schießt ja immer noch. Na komm. Jetzt kommt schon wieder der. Ram-Attacke, die einen direkt killen kann. Direkt killen kann? Oh, hallo? Okay, so. Habe ich den auch noch nicht gesehen. Was, was kraxelt er denn? Alt. Hallo. Hat. Er kommt hier nicht mehr raus. Ich glaube es ja nicht, Alter. Das waren die Püsse jetzt. Zeig doch mal deinen Schwachbund. Was ist denn das jetzt? Auch wieder, wenn es zwei am Boden sind und er dann angreift. Da verrecke ich mit einmal. Was ist denn das für ein Scheiß? Muss das so oder ist es jetzt ein Scheiß-Bug? Weil er macht nichts. Ich kriege kaum Schaden durch ihn. Nur wenn die beiden da am Boden sind, dann bin ich sofort tot. Das ist gerade mal richtig scheiße, irgendwie. Oh, jetzt merken wir uns mal. Okay. So. Also auch mal eine fettere Waffe. Alien-mäßiges. Ja, das Pinn schiebe ich auch. Ja. Und die ganze Scheiße nochmal. So, ja. EMP, wir wissen es. Dann klappt er oben auf, klappt zu, klappt auf, klappt zu. Dann schießt er. Boah, ey, Leute. Muss man den Scheiß unbedingt so pervers nervig machen. Weil eigentlich macht er ja gar nichts. Er wurschtelt da bloß um, klappt oben auf. Dann schießt er irgendwann mal, klappt wieder zu, klappt wieder auf. Macht böse, fiese Geräusche. Und das war's dann. Klappt auf, klappt zu. Schießt kurz. Eigentlich tierisch langweilig. Machen wir mal dann auch Action ohne Ende. Alter, passiert nichts. Ich kann hier stehenbleiben und nicht zugucken. Hier haben wir mal wieder ein bisschen Deckung. Dass er mich nicht direkt trifft. Und das Teil wieder. Also, alter, mach doch mal den Scheiß. Wolltest du jetzt mal bitte deinen Scheiß-Schwachfunk zeigen? Ey, meine Pflasse. Muss man hier echt stundenlang warten? Und wieder diese Nerv-Oberkiller-Attacke. Ja, Energiequilla-Schifft. Nehmen wir halt die Nena. Nächste. Schwachpunkt zeigen, bitte. Danke, meine Fresse, Leute. Muss das sein? Ja, schön. Bevorstehend, der greift schon an. Das gehen bevorstehende Angriff mehr. Endlich, meine Güte. Das dauert. Was? Achso, stimmt. Der kam jetzt wieder. Und muss man hier stundenlang auf ihn ballern, ohne dass es was bringt. Nur damit er dann seine schwachen Punkte zeigt. Komm. Danke sehr. Ja, das hat er fast jetzt schon zehnmal gesagt. Wir wissen so langsam. Wir haben eure Technologie weiterentwickelt. Ja, wissen wir auch schon. So wirst du auch mal. Jetzt komme ich noch mal ein Gegner, die auch kein Problem sind. Da können drei, vier, fünf von den Pennern da sein. Die killen mich nicht. Äh, er kann mich angreifen und killt mich nicht. Plus wenn zwei von den Pennern und er sind, dann bin ich sofort tot. Das ist irgendwie sehr eichelartig. Zack. Ja, ja. Wo denn jetzt? So ganz hinten. Okay, cool. Die drei schießen jetzt auch die ganze Zeit auf mich. Ohne dass ich toll irgendwie Schaden nehme. So. Kommst du her, komm. Verreckt. Danke. Ich sag verreckt. Danke. Verreckt. Du auch. Und du sowieso. Dankeschön. So. Noch mehr. Nö. Ist das tot da? Ist das was geileres? Mal gucken. Reaper-Kanone. Her damit. Sehen wir es durch. So, dass wir da auch mal ausrüsten. Oh nein, nicht wegschmeißen, du Vollidiot. Und da geht's. Jetzt verreck ich gleich schon wieder. Alter, was ist denn das? So, und jetzt mal bitte diese scheiß Energiequille hier nutzen. Danke sehr. Das Teil hier, die Reaper-Kanone ist nämlich am Ende stärker. Oh, dafür ist er verdammt lahmarschig damit, wa? Ja. So. Da. Arm her. Du bist kacke. Du bist kacke. Du bist kacke. Ja, du schießt gerne auf mich. Ich merk's schon. Ist das wieder dein Spezialangriff? Nö, immer noch nicht. Okay. Jetzt aber. Und lauf. Oh, fuck. Alter, Leute. Riecht euch mal ein, ja. Was, was, was? Energiequille erschöpft schon? Was soll denn der Scheiß jetzt gerade? Okay, so viel zu. Das Ding ist stärker. Am Arsch. Aha. Das Ding nervt bloß tierisch. Weil es streut wie Sau und, ja, das machst du dann schon. Cool. Ja, toll. Oh, fuck. Jetzt zeigt er mal den Scheiß-Schwachpunkte-Penner. Anscheinend muss man den Typen echt stundenlang konnetrieren, dass er mal seine Scheiß-Schwachpunkte zeigt. Klein pisse er schon wieder an. Okay. Du bist einer von uns. So. Ich bin besser als du! Ich werde dir zeigen, was ich kann! Ich werde dir zeigen, was ich kann! Was ist er denn? Alter, lauf, dicker! Mörser, 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 Mörser! Wo ist jetzt die Mörser? Danke sehr! Könnte ich jetzt ganz gut brauchen! Aua! Wenn er mich nicht selber umrühren würde! Schneller, schneller! Weg damit! Wo ist denn jetzt eigentlich meine Station mit den ganzen Knarren? Ich merke gerade, dass ich immer noch dieses scheiß Magnetgewehr... äh Quatsch... Mikrowellengewehr habe! Sag mal, wo ist denn das Ding? Oh, stand doch hier so ein Lieferwagen mit Waffen! Nimm halt erstmal das Ding! Steckst du ja noch ein, du kleines Arschloch! Geht doch! Danke sehr! Stand bei den einen eigentlich, dass es ein Befreundeter ist! Weiß ich nicht, ob ich ihn schießen darf! Keine Snide, oder was? Alter! Jetzt komme ich da nicht ran an die Waffen, ist das doof! Echt, Mann! Oh da! Riecht euch ein! Echt, echt! Hä, was ist denn? Was ist das zu hell gerade? Na komm schon! Komm 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 komm... Und jetzt brauche ich nur noch eine Batterie. Die funktioniert. Die ist ausgelutscht. Teil hier ist ja auch irgendwie völlig hinüber. Da unten haben wir. Zwei Stück sogar. Sauber. Ach man, Alter, du sollst das Teil benutzen und nicht die Knappe wegspauen. Nö. So kann es natürlich nichts werden. Leute, ich sag erstmal, Poisskin. Nächsten Teil werde ich dieses Scheiß-Kack-Piss-Dreck-Furz-Torette-Arsch-Pissvieh hoffentlich vernichten. Töten, killen, entsorgen und sein Kadaver missbrauchen. So, okay, reicht bis dahin. Schreibt mir die Kommentare, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit Ja und Tschüm.